Schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Deutschlern-Geschichte. Damit du effektiv lernst, folge allen Schritten in diesem Video. Lass uns beginnen! Hallo, ich bin Elena. Mein Leben hat sich im letzten Monat auf einen Schlag verändert. Ich lebe jetzt ein ganz anderes Leben. Davon möchte ich dir heute erzählen. Ich habe sehr lange in einer großen Stadt gelebt. Ich wohnte in einem großen, sechsstöckigen Haus. Meine Nachbarn kannte ich nicht und auch sonst hatte ich wenig Kontakt. Jeden Morgen bin ich um sieben zur Arbeit ins Büro gegangen. Meine Arbeit war monoton und wirklich langweilig. Meist bin ich dann am Abend völlig erschöpft nach Hause zurückgekehrt. Ich fühlte, dass ich immer gestresst war und dass dieses Leben mich nicht erfüllte. Weil ich so unzufrieden war, konnte ich auch nicht mehr entspannen. So kam es, dass ich mich immer ungesünder ernährt habe. Drei- oder viermal die Woche aß ich Fastfood, denn zum Kochen hatte ich keine Lust mehr. Auch wenn ich mit anderen Leuten ausging, hatte ich oft keinen Spaß. Ich fühlte mich niedergeschlagen und rutschte in eine richtige Krise hinein. Eines Tages bekam ich einen Anruf, der alles veränderte. Ich erfuhr, dass meine Oma krank geworden war. Natürlich ging ich sie gleich im Krankenhaus besuchen. Als ich bei ihr war, fühlte ich, wie meine Knie weich wurden. Ich wollte meine Oma auf keinen Fall verlieren. Dann ging alles sehr schnell. Zwölf Tage nach dem Anruf verstarb meine Großmutter. Auf ihrer Beerdigung konnte ich gar nicht aufhören zu weinen. Meine Großmutter war alles für mich. Sie war wie meine beste Freundin. Sie half mir bei schweren Entscheidungen und war immer an meiner Seite. Der Verlust meiner geliebten Großmutter hinterließ eine tiefe Leere in mir. Als ich ihr Bild betrachtete, fühlte ich, wie kostbar und kurz das Leben ist. Ich räumte ihre Wohnung aus. Als ich mich noch einmal von ihr verabschiedete, verstand ich eine wichtige Sache. Ich wollte nicht mehr in der Stadt leben. Ich wollte überhaupt mein ganzes, graues Leben nicht mehr. Es war meine Oma, die immer sagte, dass das Glück viel wichtiger als Geld oder Reichtum sei. Also kündigte ich meinen Job, den ich schon so lange, so langweilig fand. Mein Chef war geschockt, aber ich fühlte mich nur erleichtert. Es war wirklich Zeit für etwas Neues. Ich träumte von meinem neuen Leben auf dem Land. Als ich im Büro meine Sachen packte, bekam ich doch noch einmal Angst. Was mache ich ohne die Sicherheit meines Jobs? Kann ich etwas Neues finden? Mein neues, kleines Heimatdorf lag ganz im Grünen. Alles war so idyllisch. Überall hörte ich Vogelstimmen und auch Insekten. Ich kaufte mir eine kleine Wohnung in einem alten Haus. An das Haus grenzte ein wunderschöner Garten mit Blumen und Gemüse. Ich liebte es schon jetzt. Mein neues Zuhause. Ich dachte an meine Oma und wie sie sagte, dass das Glück das Wichtigste ist. Ich hatte ein Stück Glück gefunden. Nach einer Woche fand ich dann auch eine Arbeit beim Bauern nebenan. Ich durfte auf dem Bauernhof mithelfen, die Tiere versorgen und die Ställe ausmisten. Ich liebte diese körperliche Arbeit. Ich erntete Tomaten und ganz viel anderes Gemüse. Einen Teil davon durfte ich immer mit nach Hause nehmen. Eigentlich so viel ich wollte. Ich hatte jeden Tag frisches Gemüse und merkte, wie es mir zunehmend besser ging. Kochen wurde zu meinem liebsten Hobby. Ich probierte viele neue Rezepte aus. Und kochte jeden Tag für mich gesundes Essen. Abends machte ich etwas, das ich schon lange nicht mehr getan hatte. Ich las Bücher. Ich ging im Lesen auf. Und las einen Roman nach dem anderen. Wenn ich Lust hatte, ging ich im Wald spazieren und pflückte Blumen für meine Wohnung. Einmal besuchte mich eine kleine Katze, als ich im Wald saß und vor mich hinträumte. Am meisten machte es mir Spaß, einfach im Dorf spazieren zu gehen. Die Atmosphäre war so anders als in der Stadt. Die Leute grüßten mich und lächelten mir zu. Ich liebte dieses kleine Dorf. Es war hier so leicht, Leute kennenzulernen. Meine neue Nachbarin war sehr nett. Immer nahm sie sich Zeit für mich. Gestern brachte ich ihr einen selbstgemachten Apfelkuchen vorbei. Meine Nachbarin lud mich zu einem Dorffest ein. Kommst du? Das würde mich sehr freuen, sagte sie. Natürlich sagte ich ihr zu. Es war eines der besten Feste, die ich bisher erlebt hatte. Ich konnte es kaum glauben, wie sich mein Leben verändert hat. Dieses einfache Leben auf dem Land gefiel mir sehr. Die Natur und meine neuen Freunde gaben mir so viel neue Kraft. Und ich begann, mich selbst wieder neu zu entdecken. Ausdrücke und Vokabeln Auf einen Schlag Das bedeutet plötzlich oder auf einmal. Mein Leben hat sich im letzten Monat auf einen Schlag verändert. Niedergeschlagen sein Niedergeschlagen ist ein Synonym für traurig oder depressiv. Sich traurig oder depressiv fühlen. Ich fühlte mich niedergeschlagen und rutschte in eine richtige Krise hinein. Der Ausdruck Eine tiefe Leere in jemandem hinterlassen bedeutet so viel wie Ein starkes Gefühl von Verlust in jemandem verursachen. Der Verlust meiner geliebten Großmutter hinterließ eine tiefe Leere in mir. Idyllisch Benutzt man für friedliche, glückliche oder schöne Szenen oder Situationen. Alles war so idyllisch. In etwas aufgehen Das bedeutet sehr, sehr konzentriert oder vertieft bei einer Sache sein und alles andere vergessen. Ich ging im Lesen auf und las einen Roman nach dem anderen. Magst du dieses Video? Hat es dir genützt? Dann schenke uns ein Like und schreib uns gern einen Kommentar. Wir freuen uns sehr. Tschüss, bis zum nächsten Video. 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 Tschüss, bis zum nächsten Video.